Eine neue Optik für Ihren Sessel, kinderleicht. Am einfachsten ist es, wenn Sie die Husse mit zwei Personen aufziehen. Im Lieferumfang enthalten sind eine ausführliche Anleitung sowie Schaumstoffstäbchen zum Fixieren. Zur Orientierung ist das Einnäheretikett immer hinten in der Mitte angebracht. Nehmen Sie die Husse und ziehen Sie sie zu zweit über die Ecken Ihres Sessels. Ziehen Sie anschließend die Nähte ordentlich und schieben die Husse in die Polsterfugen Ihres Sessels. Jetzt kommen die Schaumstoffstäbchen zum Einsatz. Fixieren Sie die Husse in den Ritzen damit. Fertig! Schon haben Sie Ihren neuen Sessel.